Oje, das Spiel habe ich schon echt lange auf meiner Liste. Immer mal wieder habe ich den Versuch unternehmen und dann abgebrochen. Irgendwie wurde ich mit dem Spiel nicht so richtig warm. Aber mal höchste Zeit sich damit mal etwas näher zu beschäftigen. Immerhin steht ja Robocop ja für gnadenlose Zukunfts-Action und wer will nicht ein Roboter-Polizist sein? Na? Also lasst uns zusammen mal das Spiel anschauen. Was zeugt Robocop für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und auch 1990 bei uns und in Nordamerika veröffentlicht. Japan bekam das Spiel ein Jahr später. Das Spiel basiert dabei los auf einem Arcade Spiel, das 1988 erschienen und von Data East programmiert wurde. Das Spiel basiert dabei natürlich auf dem großen 80er Jahre Kino-Hit. Das Spielprinzip ist eigentlich sehr schnell zusammengefasst. Es ist simpel. Ihr lauft als Robocop durch die Straßen und ballert alle Kriminellen nieder, die sich euch in den Weg stellen. Also schießt ihr auf alles was sich bewegt. Zur Abwechslung zwischen den Devils gibt es auch hier Mordar eine Art von Minispiel. Ihr müsst ja zum Beispiel in einer Geisel-Situation den Fiesling geschickt umballern oder ein Fahndungsfoto erstellen. Das ist jetzt zwar nett gemeint, locker das relativ dröge Spielprinzip dann aber doch nicht auf. Eines vorweg, das Spiel ist echt bockschwer, weil es einfach sehr viele Gegner gibt und ihr euch nicht gerade agi bewegen könnt. Letzteres ist aber natürlich auch logisch. Kann der gute Blechbulle in der Filmvorlage ja auch nicht. Um euch etwas zu helfen gibt es auch hier und da Upgrades für eure Schusswaffe. Und so habt ihr zum Beispiel einen Mehrfachschuss. Alles nichts wildes hilft aber hier und da. Leider ist die Munition dafür aber auch immer sehr beschränkt. Ansonsten habt ihr halt eure normale Standardknarre, die dann im Großteil der Zeit reichen muss. Und im Prinzip ballert ihr ständig. Die Gegner begegnen euch nämlich nicht nur auf der normalen Straßenebene. Nein, die hinterhältigen Hampelmänner verstecken sich nämlich auch gerne in Fenstern und feuern dann auf euch drauf. Immer könnt ihr dann aber auch nach schräg oben schießen. Im Nahkampf kriegen die Fieslinge sogar schön eure Faust aufs Maul. Weiter gibt es keinerlei Passwortsystem oder gar Speichermöglichkeit. Das Spiel ist zwar relativ kurz, aber es wäre hier und da doch von Vorteil gewesen. Die Grafik geht für einen so frühen Titel in Ordnung. Man kann alles gut erkennen und die Straßenzüge sehen okay auf. Auf jeden Fall eines der besseren aussehenden frühen Titel. Das Sound ist bei dem Ganzen eher durchschnittlich. Stört jetzt nicht, ist aber jetzt auch kein Überflieger. Was taugt Robocop für den Game Boy also heute noch? Wie schon im Intro erwähnt wurde ich mit dem Spiel nicht mehr ansatzweise warm. Das Spielprinzip ist zu simpel ohne Schwierigkeit grad schreckt mich irgendwie ab. Das Ding ist so ein typisches auswendig Lernenspiel und da bin ich allgemein kein Fan von. Ansonsten ist das Spiel okay, aber definitiv kein Must-Have. Es gibt aber auch wirklich Schlimmeres. Das war der Test Robocop für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastische Menschen, denn wisst ihr was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschuuuut. Tschuuuut.